Willkommen, heute zeigen wir euch wie man beim Cratoni Commuter die Höhe der Einstellung verändern kann. Am besten erstmal die Innenpäußlung rausnehmen. Die Höhenverstellung seht ihr dann quasi hier. Diese könnt ihr kräftig rausziehen. Ihr habt dieses Poppen gehört. So ist sie befestigt. Innen drin sieht man wahrscheinlich jetzt nicht, sind drei Höhenverstellung möglich und dann einfach wieder rein poppen. Dann die Polsterung wieder rein und fertig ist die Höhenverstellung.